Herzlich willkommen zu unserer Informationssendung von Asklepios. Parkinson'sche Erkrankungen oder Schlaganfälle, das sind neurologische Erkrankungen, die üblicherweise erst im Alter auftreten. Das ist keine neue Erkenntnis. Neu ist allerdings, dass es ein Fachgebiet gibt, das sich Neurogeriatrie nennt. Und darüber möchte ich heute mit unserem Experten sprechen. Dazu ist hier im Studio Privatdozent Dr. Lars Marquardt, Chefarzt der Neurologie und Neurogeriatrie der Asklepios Klinik Wandsbeck. Schön, dass Sie da sind. Herr Dr. Marquardt, Neurogeriatrie, für wen außer für Scrabble-Spieler ist so ein Begriff eigentlich wichtig? Das ist eine gute Frage, wobei ich gar nicht weiß, wie viele Punkte das beim Scrabble geben würde, weil das doch relativ gewöhnliche Buchstaben sind. Aber es kommt ja nicht auf den Begriff an, sondern auf den Inhalt, der dahinter steckt. Und wie Sie schon richtig sagten, sind viele oder die meisten neurologischen Erkrankungen 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 des alten Menschen. Und insofern denke ich, dass wir hier spezifisch Angebote machen können für den betagten oder auch hochbetagten Menschen, der eine neurologische Grunderkrankung hat. Sie haben es angesprochen. Schlaganfall, also gefäßbedingte Erkrankungen des Gehirns oder auch degenerative Erkrankungen, wie zum Beispiel Morbus Parkinson, die parkinsonsche Krankheit. Aber auch Hirnleistungsstörungen, Demenzen und speziell auch Anfallerkrankungen, epileptische Anfallerkrankungen bei älteren Patienten, um hier sozusagen akutmedizinische, rehabilitative und eben auch sozialmedizinische Aspekte einfließen lassen zu können. Bevor wir auf die Krankheiten im Einzelnen nochmal einen Blick werfen, wie kommt der Patient zu Ihnen? Kann ich also zum Beispiel als Angehöriger anrufen, sagen, mein Opa hat so einen starren Gesichtsausdruck wie Clint Eastwood in Dirty Harry und dann schicke ich den zu Ihnen oder kommt er über den Hausarzt? Wie kommt der? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die Neurogeriatrie, die eben sozusagen eine etwas andere Behandlungsebene darstellt als die Akutneurologie. Akutneurologie, das läuft Hand in Hand, aber doch ein bisschen unterschiedlich. Wir bekommen viele Patienten natürlich aus unserer Akutneurologie, die eine akutneurologische Erkrankung haben, einen akuten Schlaganfall oder eben auch einen epileptischen Anfall zum Beispiel. Die übernehmen wir dann in unsere spezielle Neurogeriatrie, wo wir die Erkrankungen den Patienten halt von allen Seiten beleuchten können. Aber eben auch durch Zuweisung von niedergelassenen fachärztlichen Kollegen oder auch Hausärzten. Wenn Sie einen Patienten haben, der eine neurologische Grunderkrankung hat, dem es schlechter geht, wo sozusagen die weitere Versorgung geklärt werden muss und wo man sich halt ein bisschen mehr Zeit nehmen muss. Das Konzept ist einfach, dass wir uns in der Neurogeriatrie mehr Zeit nehmen können für den Patienten und eben nicht, wie es heute üblich ist, in den akutneurologischen Abteilungen den Patienten diagnostizieren, behandeln und dann möglichst schnell entlassen müssen oder entlassen können, sondern wir wollen uns mehr Zeit nehmen für den Patienten, mehr Zeit für die Therapie, um das Umfeld mit einzubeziehen und die weitere Versorgung zu gewährleisten. Also Zuweisung von niedergelassenen Kollegen oder auch Übernahme von Facharztkollegen von anderen Abteilungen oder aus unserer eigenen Abteilung für Neurologie. Okay, lassen Sie uns mal einen Blick auf die einzelnen Krankheitsgruppen werfen, die am häufigsten vorkommen. Ganz häufig ist sicher der Schlaganfall. Als ich Kind war und da hatte meine Oma einen Schlaganfall, das war damals ein Schicksalsschlag, kann man sagen. Man konnte nichts machen, man konnte nur hoffen, dass die Defizite gering bleiben. Das hat sich doch grundlegend geändert, oder? Das hat sich Gott sei Dank grundlegend geändert. In den letzten 20 Jahren gab es gerade auf dem Gebiet des Schlaganfalls erhebliche Fortschritte, auch dieses Jahr nochmal ganz brandneue erhebliche Fortschritte in der Akuttherapie. Der Schlaganfall ist natürlich ein Schicksalsschlag, den man natürlich ein bisschen auch beeinflussen kann durch präventive Maßnahmen, aber in der Regel tritt er halt auf und dann ist es halt wichtig, entsprechend richtig zu handeln. Wir können heutzutage, wenn der Schlaganfall sehr früh behandelt wird, in der Regel ist das innerhalb der ersten vier, viereinhalb Stunden nach Auftreten der ersten Symptome, können wir eine sehr effektive Akuttherapie machen. Wir können da ein Medikament spritzen, was das Blutgerinnsel auflöst, was da den Schlaganfall auslöst und dann kann man die Schlaganfallsymptome entweder vollständig rückgängig machen oder halt zumindest teilweise rückgängig machen. Mittlerweile gibt es auch noch andere Verfahren, ähnlich wie beim Herzinfarkt, mit Katheter-Techniken vorzugehen, wo man dann das Blutgerinnsel, was dann irgendwo im Gehirn in einem Gefäß sitzt, auflösen kann. Da gibt es ganz neue Daten, die dieses Jahr veröffentlicht wurden, im Februar, dass das auch eine hocheffektive Therapie ist für einige Patienten, für einige wenige Patienten, wo man so einen Gefäßverschluss nachweisen kann. All diese Therapiemöglichkeiten können wir in Hamburg anbieten in den Asclepius-Kliniken, auch in Wandsbek natürlich rund um die Uhr. Wichtig ist halt, dass wenn Symptome auftreten, wie Sprachstörung, Gefühlsstörung, halbseitig, Lähmungserscheinungen, Sehstörungen wie Doppelbilder, Schwindelerkrankungen, dass man dann sofort richtig handelt, den Rettungsdienst verständigt und dann sich eben in das richtige Krankenhaus bringen lässt, was in Hamburg hervorragend geregelt ist mit dem Rettungsdienst. Patienten werden nur in geeignete Krankenhäuser gefahren in dem Fall. Wichtig ist, schnell zu handeln, um dann eben schnell der richtigen Therapie zugeführt werden zu können. Dann kann man auch beim Schlaganfall viel retten. Und eben dann, wenn der Schlaganfall passiert ist, neurorehabilitativ kann man vorgehen natürlich, entsprechend dann dem Patienten zu helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Es gibt erstaunliche Reha-Fortschritte in der spezifischen neurologischen Rehabilitation, wie wir sie auch in der Neurogeriatrie machen. Und dann auch Hilfestellung geben natürlich für die Phase danach. Gut, also das heißt, der Schlaganfall, wenn er als Notfall erkannt wird, kann man sehr viel machen. Das ist richtig. Okay. Sie haben auch Anfallsleiden genannt, also Epilepsie. Das ist ja jetzt eher so ein bisschen überraschend, weil wo hat denn der ältere Mensch plötzlich sein Anfallsleiden her? Ja, das ist gar nicht so bekannt. Man kennt ja so epileptischer Anfall. Da stellt man sich darunter vor, häufig junge Leute, großer Anfall. Man liegt auf dem Boden, hat Schaum vor dem Mund und der ganze Körper zuckt. Das ist aber eben nicht die ganze Geschichte. Es gibt sehr viele verschiedene Ursachen für epileptische Anfälle und auch ganz verschiedene Ausprägungen dieser Erkrankung. Das Klassische natürlich, junge Leute, Kinder schon, die epileptische Anfälle haben. Da ist es so, dass man da häufig auch keine Ursache findet. Das ist einfach eine Störung, die sozusagen auftritt bei jungen Leuten. Genuine Epilepsie nennt man das. Aber gerade beim alten Menschen nehmen diese Anfallserkrankungen wieder deutlich zu. Es ist im jungen Lebensalter, dann ist ein Tal und dann im älteren Lebensalter nimmt es wieder zu, weil eben Anfälle auch entstehen, ganz verschiedene Formen von Anfällen durch Hirnvorschädigungen. Also zum Beispiel Gefäßerkrankungen, die gleichen Erkrankungen, die auch Schlaganfälle auslösen oder auch Herzinfarkte, macht kleine Verletzungen im Gehirn über die Jahre oder auch Patienten, die dann schon mal einen Unfall hatten oder sowas. Und jede Hirnschädigung, jede Narbe im Gehirn, die entsteht, hat das Potenzial, zu einem Anfall zu führen. Und eben nicht so große Anfälle, sondern teilweise auch einfache Anfälle, die dann mit einer Bewusstseinsstörung einhergehen, wo die Patienten komisch sind, nicht mehr richtig reagieren und eben dann auch unter Umständen große Anfälle daraus sich entwickeln, aber eben nicht nur. Und das ist sehr häufig im höheren Lebensalter. Auch bei Schlaganfällen, die stattgefunden haben, kommt es teilweise nach Jahren noch zu epileptischen Anfällen. Und die kann man sehr gut behandeln medikamentös, weil das symptomatische Anfälle sind. Das heißt, sie treten auf aufgrund einer Hirnverschädigung. Und da kann man sehr viel tun. Man muss sie halt erkennen und dann kann man sie auch sehr gut einstellen mit modernen Medikamenten. Das ist das Problem. Da würde ich gerne nochmal nachfragen. Wie kann ich als Laie zum Beispiel so einen kleinen Anfall erkennen? Was sind das für Zeichen? Ja, das ist in der Tat gar nicht so einfach. Insofern muss man das schon differenziert betrachten. Also häufig treten auf Bewusstseinsveränderungen. Also Wesensveränderungen. Die Patienten sitzen am Tisch und antworten plötzlich nicht mehr auf Fragen, hören auf mit dem Essen oder mit dem Trinken, was sie getan haben, verdrehen vielleicht die Augen, aber nicht unbedingt. Und das dauert dann so ein paar Minuten und dann sind sie wieder da. Und man kann mit ihnen wieder reden, manchmal auch nach einer gewissen Zeit der Reorientierung. Das ist so ein ganz typisches Bild, muss man sagen. Und ältere Leute sind natürlich auch noch aktiv, muss man sagen. Und wenn sowas natürlich mal im Straßenverkehr, auf dem Fahrrad oder auch wenn man über die Straße läuft auftritt, kann das natürlich erhebliche Konsequenzen haben. Und insofern muss man auf solche Dinge achten und muss dann eben fachärztliche Hilfe suchen. Und man kann dann gewisse Diagnostik machen, man kann sich anschauen, wo kommt das her. Manchmal stecken leider auch ernste Ursachen natürlich dahinter. Das ist gar keine Frage. Also man muss halt schauen, was liegt dem zugrunde. War es mal ein Schlaganfall vor ein paar Jahren? Das muss man dann auch entsprechend behandeln. Oder liegen auch andere Erkrankungen zugrunde, die man dann eben spezifisch behandeln muss. Also da muss man wachsam sein und muss dann sich halt Hilfe suchen. Also dann sonst gegebenenfalls auch beides behandeln, die Grunderkrankung und vielleicht auch noch die Anfälle. Weil das ist ja, man sagt ja, wie so ein Kurzschluss im Gehirn. In der Regel ist bei älteren Menschen der epileptische Anfall ein Symptom einer Grunderkrankung. Ob es jetzt Gefäßveränderungen sind, ob es auch mal vielleicht Tumoren sind, die auch sich mal dahinter verbergen können oder halt andere Hirnschädigungen. Es sind in der Regel symptomatische Anfälle, die auf einer Grunderkrankung beruhen. Sie erwähnten ja auch Demenz- und Hirnleistungsstörungen. Die Patienten sind dann auch bei Ihnen oder wie ist das organisiert? Ja, wir betreiben ja dieses neurogeriatrische Feld, diese Spezialisierung der Geriatrie im Rahmen unseres Gesamtkonzeptes Geriatrie in Wandsbeck. Sie wissen, wir haben eine sehr große internistisch geführte Allgemeingeriatrie dort, wo wir multidisziplinär auch zusammenarbeiten und sehr eng zusammenarbeiten. Es gibt in der Allgemeingeriatrie eine Demenzstation, wo auch Patienten mit Hirnleistungsstörungen und demenziellen Erkrankungen behandelt werden, aber immer zusammen auch mit der neurologischen Abteilung, die von mir geführt wird. Und wir machen da sehr viel gemeinsam in der Diagnostik. Auch da gibt es, Demenzen sind auch häufig Ursache einer Grunderkrankung, auch zum Beispiel vaskuläre oder Gefäßveränderungen. Aber auch die klassische Alzheimer-Demenz wird bei uns interdisziplinär behandelt, was die Diagnostik angeht. Viel davon ist neurologische Diagnostik, ob das jetzt Nervenwasseruntersuchungen sind, auch viel bildgebende Diagnostik. Und das machen wir eigentlich Hand in Hand, muss man sagen. Das ist ein sehr gutes Konzept, was wir da in Wandsbeck haben, sodass der Patient multidisziplinär von verschiedenen Fachabteilungen betreut wird. Verstehe. Wenn der Patient jetzt beispielsweise behandelt wurde, beim Schlaganfall zum Beispiel, wie läuft das dann ab? Sie haben jetzt auch schon vorhin was mit Rehabilitation erwähnt. Das heißt, Sie fangen schon quasi unmittelbar nach der Akuttherapie an, bestimmte Dinge auch schon wieder zu üben? Oder wie müssen Sie mir das vorstellen? Das hat sich mittlerweile in vielen Studien auch gezeigt, dass die sehr frühe Rehabilitation beim Schlaganfall ganz effektiv ist und das weitere Outcome, also den weiteren Zustand des Patienten, auch langfristig sehr beeinflusst. Das heißt, wir fangen auf unserer Schlaganfall-Spezialstation, der sogenannten Stroke Unit, wovon wir eine der größten in Hamburg haben, fangen wir innerhalb von 24 Stunden auch am Wochenende, fangen wir sofort mit der spezifischen Therapie an, maßgeschneidert auf die Defizite des Patienten. Also sprachtherapeutische Therapie, Logopädie, Physiotherapie oder auch Ergotherapie, um die spezifischen Defizite des Patienten sofort behandeln zu können. Das hat gezeigt, wenn man sehr früh damit anfängt, auch schon in der Akutphase, dass das einen großen Effekt hat und dass man dann hinterher, zum Beispiel nach drei Monaten oder nach einem Jahr, deutlich besser herauskommt aus dieser akuten Erkrankung, als wenn man das nicht macht. Früher hat man die Patienten ins Bett gelegt, für eine Woche hat gesagt, erstmal Ruhe und schonen. Heute ist das Motto, so früh wie möglich raus aus dem Bett, egal ob bei Hirnblutung oder bei Schlaganfällen, die durch eine Verstopfung von einem Gefäß zustande kommen, ist das ganz entscheidend. Das machen wir sehr früh, fangen da sehr früh mit an. Und dann übernehmen wir die Patienten halt in unsere neurogeriatrische Abteilung. Übrigens auch viele Zuverlegungen aus anderen Häusern in Hamburg mittlerweile, nach akutem Schlaganfall. Und da machen wir dann intensiv Physiotherapie, Logotherapie, Ergotherapie, da haben wir einen speziellen Stellenschlüssel, der das gewährleisten kann. Und machen dann mindestens 14 Tage, drei Wochen ganz intensive Therapie für die Patienten, auch mit Einbeziehung der Angehörigen, gucken, wo sind noch Ressourcen da, welches Alltagsumfeld kommt der Patient zurück, um dann eben eine maßgeschneiderte rehabilitative Medizin zusammen mit der noch weitergeführten akutneurologischen Therapie gewährleisten zu können. Das würde mich auch noch interessieren, wie geht es denn danach weiter? Ja, also wenn Sie den auch behandelt haben, je nachdem könnte ich mir vorstellen, dass für manchen Patienten es ja zu Hause schwierig ist, da muss man sich doch auch was einfallen lassen. Das heißt ja auch, manchmal fallen die Patienten dann auch in so ein Loch, weil sich niemand dann darum kümmert, wie es weiterlaufen soll. Haben Sie da eine Lösung? Ja, also zu Beginn des Aufenthalts bei uns in der Neurogeriatrie wird erst mal eine Bestandsaufnahme gemacht. Es wird geguckt, wo kommt der Patient her, welches Wohnumfeld hatte er vorher, war er schon in einer Pflegeeinrichtung, in einem Veniorenheim, hat er zu Hause gelebt, in einem Mehrfamilienhaus, in einem Einfamilienhaus, welche Etage, wir beziehen die Angehörigen mit ein, war das ein Patient, der alleine gelebt hat, keine Angehörigen hat, ist ein familiäres Umfeld vorhanden. Und dann versuchen wir für jeden Patienten die optimale Lösung für die Phase nach dem Krankenhausaufenthalt zur Verfügung zu stellen. Das kann Hilfestellung zu Hause sein, im Rahmen der Angehörigen, dass einfach Pflegedienst, Sozialdienste hinzugezogen werden. Das kann aber auch bedeuten, wenn ein Patient jetzt schwer betroffen ist, wir können leider auch keine Wunder bewirken, obwohl wir es täglich versuchen, ist es so, dass einige Patienten halt doch so schwer betroffen sind und auch so schwer betroffen bleiben, dass man danach über sozusagen eine Pflegeeinrichtung nachdenken muss. Das organisieren wir, oder auch Tagespflege, wenn es nötig ist, ambulante Rehabilitation. Das fängt sehr früh an von unseren Therapeuten, unserem Sozialdienst, der da sehr eng Hand in Hand arbeitet, um dann sozusagen auch die Phase nach der Krankenhausbehandlung in der Neurogeriatrie optimal vorbereiten zu können. Also ein ganzheitliches Konzept. Ganzheitliches Konzept, ja. Von der Akuttherapie bis hin zur weiteren Versorgung nach dem Krankenhausaufenthalt, ja. Vielen Dank, Herr Dr. Marquardt. Sehr gerne. Ich hoffe, auch für Sie war das interessant, über die Neurogeriatrie einiges zu erfahren, vielleicht auch manches Neue zu erfahren. Und wenn Sie noch mehr wissen wollen, dann schauen Sie doch mal rein unter asklepios-nachtvorlesung oder auf unserem YouTube-Kanal. Bleiben Sie gesund! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank, Herr Dr. Marquardt. Vielen Dank, Herr Dr. Marquardt.